Auch für uns mit Brisanz. Heute bei uns in der Sendung. Wer kommt hier eigentlich wem ins Gehege? Es gibt immer wieder Ärger mit Wildschwein. Hier haben Sie gerade in Lübeck einen Vorgarten aufgemischt. Warum solche Besuche richtig teuer werden können. Heute mehr bei uns. Außerdem schulfrei wegen Masern. Eine Schule schließt Lehrer und Schüler wegen der sich ausbreitenden Kinderkrankheit vom Unterricht aus. Auch das heute bei uns. Und dann haben wir noch Emma Watson, die hat Ärger wegen dieses Fotos. Frauenrechtlerinnen sind empört. Und Emma Watson antwortet jetzt, wie gleich bei uns. Grüße an die Nachrichten. Jetzt dürfen wir, und Sie haben es gesehen, den Frühling haben wir irgendwie auf der Strecke gelassen. Aber wir bleiben natürlich hoffnungsvoll für diese Woche. Guten Abend, herzlich willkommen heute zu Brisanz am Montag. Rätselraten in Knesebeck, nördlich von Wolfsburg heute. Unser erstes Thema. Da hat es einen grausigen Fund gegeben. Dort ist nämlich eine Babyleiche entdeckt worden. Und nun sucht man nach der Mutter und der Geschichte zu diesem toten Kind. Das ist ganz zufällig gefunden worden. Es war an dem Tag eine größere Saubermach-Aktion geplant. Also eine nützliche Sache. Und dann passierte plötzlich das. Also da bleibt es noch offen zur Stunde. Hier ist die Frage, wer war denn nun eigentlich zuerst da? Der Mensch oder das Wildschwein? So ganz wird man das wahrscheinlich nicht klären können. Aber klar ist, kommen sich Mensch und Wildschwein ins Gehege, dann gibt es oft Ärger. Oder zumindest gibt es einen durchwühlten Vorgarten. Hier ist das so gewesen in Lübeck. Und da sind die Wildschweine inzwischen ganz treue Besucher zum Ärger der Anwohner. Und das kann dann richtig teuer werden, wie wir hören. Ja, so sehen sie ja ganz niedlich aus. Großes Thema heute. Was lehrt uns der Schleckerprozess, der heute begonnen hat? Eine Familie ganz oben rutscht in die drohende Pleite. Tausende der sogenannten Schleckerfrauen verlieren später ihre Arbeit. Und womöglich hat es in dieser Situation der Familie an Moral und Anstand gefehlt. Vielleicht. Das wird, soll jetzt dieser Prozess klären, der heute begonnen hat. Anton Schlecker ist das Oberhaupt dieses Familienunternehmens gewesen, hier in der Mitte im Bild. Und die Frage ist, ob er wusste, was der Firma droht und das für sich und seine Familie ausgenutzt hat. Also auf diese Aussage werden viele warten und sicherlich vielleicht auch auf eine Entschuldigung, wenn sie denn kommt. Heute also Prozessbeginn. Es gibt dazu heute einen großen Themenabend im Ersten. Bei Plus Minus wird es ein extra dazugeben mit vielen Hintergründen. Und danach läuft hart aber fair. Und da wird dann zum Thema Schlecker diskutiert. Wir gucken auf unser nächstes Thema. Und da juckt es einem schon beim Zuschauen. In Hessen wurden 350 Schüler und Lehrer von einer Schule ausgeschlossen, weil sie nicht gegen Masern geimpft sind. Also ein Schulverbot als Vorsichtsmaßnahme. Masern sind nämlich auf dem Vormarsch in Deutschland vor allem. Denn das Thema Impfen ist ja hier nach wie vor ein großes Streitthema. Und das gilt eben auch für Masern. Und die Impfbefürworter mahnen, wir haben nur deshalb immer mehr Erkrankungen, weil wir in Deutschland zu wenig impfen. Und ein Pieks könnte doch vieles verändern. Ja, dabei ist der Appell der Mediziner deutlich. Wir schauen noch mal auf Nachrichten jetzt. Und die beginnen mit einem vermissten Fall, der möglicherweise kurz vor der Aufklärung steht. Genau, das ist dann abschleppen, mal anders. So, wir werden jetzt auch wieder ernst. In den vergangenen Jahren haben wir miterlebt, dass die Gewalt und Aggressionen gegen Polizisten zunimmt. Neu ist nun, dass der Zorn auch Politiker ganz direkt trifft. Die Sorgen in der Flüchtlingssituation, die haben ein neues Klima geschaffen. Missmut wird eben nicht nur an der Wahlurne geäußert, sondern schlägt zum Teil auch um in Hass und Gewalt. Die Story im Ersten offenbart heute, dass der Unmut auch Politiker zunehmend persönlich und ganz privat trifft, auch vor direkten Angriffen, wird nicht halt gemacht. Und das geht gegen Bundespolitiker genauso wie gegen Bürgermeister. Und so mancher formuliert inzwischen, dass er Angst hat. Heute Abend und bei uns jetzt die prominente Nachlese vom Wochenende. Was war so los? Goldene Kamera, Hollywood-Schauspieler Colin Farrell schüttelte den Kopf übers deutsche Fernsehen. Warum nur? Außerdem hat Emma Watson Ärger, weil eine weiße Hekeldecke nicht genügend von ihrer Brust verdeckt hat. Wir zeigen das Skandalfoto jetzt. Ja, gerade erst war ja die Oscar-Verleihung und wir schwellen ja noch in Erinnerungen an La La Land und den Preis für den besten Film, also fast. Und jetzt kam schon die nächste große Verleihung, diesmal in Deutschland, die Goldene Kamera. Und diese Verleihung hatte wirklich viel Schönes. Gut, die Hollywood-Gäste haben etwas mit dem Kopf geschüttelt, aber Humor ist doch, wenn man trotzdem lacht. Und das gilt doch erst recht für Preisverleihungen, wo sogar die Briefumschläge tanzen können. Ja, wir sind unbedingt für Freiheit, manchmal sogar für Textilfreiheit, zumindest in diesem Fall. Dieses Foto der Schauspielerin Emma Watson sorgt gerade nämlich für Riesenaufbau, auch von Nacktheit erkennt. Und dieses Bild hat nun Frauenrechtlerinnen auf den Plan gerufen. Aber Emma hat Bienchen und Sternchen verdient für ihre grandiose Reaktion auf diese Kritik. Diese Frau ist eben nicht nur wunderschön, sondern hat auch Köpfchen. Na, damit haben wir das dann bitte auch geklärt. Noch eine tolle Frau. Sie hat mal eben den Soul entstaubt mit ihrer Musik. Ja, Koto aus Hamburg, liebt das Wasser, bewundert den Boxer Mohamed Ali und mag afrikanische Mode. Und jetzt hören wir uns mal an, wie sie klingt. Ruhe mit VIP-Faktor vor 2 Jahren. Da war sie schon mal bei uns hier in der Sendung und es gaben ganz viele tolle Reaktionen. Und jetzt haben wir sie wieder gesehen. Und zwar, klar, dort, wo sie am allerliebsten ist. Und jetzt... Ja, sie hat geheiratet. Und er, Sigmar Gabriel, der ist es nicht. Aber auch der hat jetzt was zu verkünden. Ja, Sie sind über das Shootingstar-Alter schon ein bisschen hinaus. Lieblingsserien werden tatsächlich auch irgendwann älter. Aber bei der hätte es fast keiner bemerkt, weil sie auch heute noch so gut und lässig aussieht. Und das sind sie ja. 30 Jahre Großstadtrevier, Wahnsinn. Und dafür lieben wir wirklich Fernseharchive. Wir haben so ein tolles Bild gefunden. Titel deshalb der 1. Folge damals ganz sozialkritisch. Mensch, der Bulle, der ist eine Frau. Heute haben die da viele weibliche Bullen, auch im Großstadtrevier. Und wir hatten beim fröhlichen gemeinsamen Erinnern ganz viel Spaß und beim Vorausblicken, was jetzt noch so kommt für alle Fans. Ist das herrlich. Schön, da kann es nicht werden. 18.50 Uhr. Die neuen Folgen Großstadtrevier. Und eigentlich können Sie gleich dranbleiben. Jetzt kommt nämlich gefragt, gejagt. Und wenn Sie Glück haben, singt auch Alexander Bommes wieder. Das kann er nicht gut, macht er aber sehr gern. Sehr zum Ärger der Jäger. Viel Spaß dabei. Und wir sehr gern morgen wieder. Ciao, ciao. Grüße an die Nachrichten. Jetzt dürfen wir. Und Sie haben es gesehen, den Frühling haben wir irgendwie auf der Strecke gelassen. Aber wir bleiben natürlich hoffnungsvoll für diese Woche. Guten Abend. Herzlich willkommen heute zu Brasant am Montag. Schöner kann man doch so eine Montagssendung nicht enden lassen mit einem singenden Großstadtrevier. Toll. Wir wünschen Ihnen einen guten Abend und freuen uns auf morgen. Ab 17.15 Uhr legen wir wieder los. Tschüss. 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 Tschüss.